Was machen Sie hier? Hier ist gleich richtig heiß, richtig heiß. Gehen Sie lieber wieder runter, dann müssen wir noch ein bisschen Rabotti-Rabotti machen. Ja Freunde, jetzt hier hinter mir haben wir ein Tor, das ist offen. Das war abgesichert, aber hier das Tor offen, kein Schild und hinter mir die Bahn schien, da die Bahn schien und wo das jetzt hingeht, das seht ihr jetzt. In diesem Sinne Freunde, begrüße ich euch morgendlich zum Morgenstund, dem da und der da, zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Ja ihr wisst jetzt schon, wir sind noch müde, K.O. Wir sind hier schon eine Stunde rumgeirrt, jetzt sind wir aber hier drauf, wo wir drauf sind, das sagt euch der kleine nette Kerl hier. Wo sind wir? Heavy Metal! Auf geht's! Ja Freunde, jetzt sind wir hier mitten auf dem Gelände und quasi offen präsentiert. Wir sind gerade, da wo der Björn, da kommt der Björn aus dem Fensterchen und hier wäre groß offen gewesen. Da, da wo wird's, das ist einfach, hier oben! Da, da wo der Björn aus dem Fensterchen und hier oben! Ja Hallelujah! Da, 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 da! Da! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Schatz, was macht das? Schatz, es glitzert Schatz, es glitzert die Durchs zDF für funk, 2017 Schatz, was macht das? Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Was muss ich sagen, wenn ich dich anschaue? Das stimmt, komm Kuss Was muss ich sagen, wenn ich dich anschaue? 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017